Wow, 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 der Rheinfall in Schaffhausen. Wer denkt, auf Tour würde es nur ungesund zugehen und man würde nur in dunklen Hallen die Zeit totschlagen, der irrt, in kleiner Art und sehr, nach Schaffhausen zum Rheinfall gefahren. Da kommt auch der Rest der Tour auf. Also wer denkt, dass die Crew irgendwie arbeitet? Ja, also hier ist auf jeden Fall der Beweis, das Geld ist leicht verdient. Ja, wir sind hier in Zürich, im Volkshaus heißt es, glaube ich. Und jetzt laufe ich mal kurz davor. Zürich, Volkshaus, ganz schön auch hier. So mit Hatebrot. Ja, leider ist mein Teppich verloren gegangen, deswegen stehe ich heute auf einem roten. BUFF! Ich bin hier in Zürich eine 30 Stimme vor uns, so im Vorbandeinsatz, direkt am Eingang, die wartende Menge, eigentlich seit fünf Monaten einlassen. Was ist da los? Wir freuen uns auch jetzt schon über das Essen. Ja, das gibt's halt für uns. Wir wurden von André losgeschickt mit 10 Schweizer Franken und haben die Preise hier unterschätzt. Jetzt bekommen wir nur einen Burger, aber er wird geteilt. Das ist ganz schön nett, auch von Pat. Aber eigentlich wollten wir mit dem Geld auch noch hier zu schauen ins Karussell. Aber da müssen wir dann aber tauschen. Boah, das sieht aber auch echt gefährlich aus. Ich glaube, da bricht einer. Wirklich jetzt? Leider. Was würdest du sagen, wenn ich dir so ein I love your Herz schießen würde? Ich würde mich sehr freuen und das hat noch nie jemand für mich getan. Aber leider kein Geld mehr. Scheiße. Und zusammen Autoscooter fahren dann? Auch total gern. Also mein Traum wäre ja heute gewesen, gegen Inextremo Autoscooter zu fahren. Oh, das wäre cool gewesen. Leider kommen wir da jetzt erst drauf. Ist zu spät. Ich glaube, die haben noch eine halbe Stunde aufgenommen. Genau, und Inextremo spielt jetzt eine halbe Stunde, dann wird's knapp. Du kannst vergessen.